Wenn man die Herausforderung sucht und macht da irgendwas, wovon die Leute irgendwie sagen, wie willst du denn damit Geld verdienen? Wenn man dann auf einmal mit 50 Leuten zusammen ist und sieht, die machen das alle so, dann weiß man, dass man gar nicht so falsch liegt. Du bekommst Impulse, du bekommst an meinen Arschtritt und das hat mich enorm weitergebracht. Eine ganz tolle Gemeinschaft, das Netzwerk ist einfach ganz grandios. Seit dem Jahr sind wir erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen. Man bekommt die Lizenz eigentlich sonderbar zu sein. Also bewerben. Ist gut.